Frage der Woche. Was war dein schönster Moment im Rhein-Energie-Stadion? Mit Backe aufzulaufen. Mit Backe aufzulaufen. Mit Backe aufzulaufen. Mit Backe aufzulaufen. Bei mir war es mit Backe. Es gab ganz viele schöne Momente, aber eins der schönsten Momente war, wo nach Corona alle wieder da waren. Das war mit Abstand eins der schönsten. Ja, das stimmt. Tor. Derby gegen Gladbach. Derby gegen Gladbach. Derby gegen Gladbach. Gehe ich mit. Der Heimsee gegen Gladbach. Tor gegen Mainz. Ja, das war geil. Erstes Tor im Rhein-Energie-Stadion gegen Frankl. Okay, danke. Fünfzig-Meter-Tor gegen Bremen. Tor gegen Ausflut. Mein Bundesliga-Debüt. Mein Debüt. Erstes Mal im Kader. Die Conference-League-Spiele. Bei dir auch? Ja. Der Emotionalste war, glaube ich, in der Geistersaison das Tor von Sepp Borneau gegen Schalke. Damals fünftem Platz im Einzug in Europa League. When I play the first time there. Arvin habe ich verpasst. Deswegen nochmal Frage der Woche. Du kannst aber auch nochmal richtig antworten. Ja, das stimmt. Dann wirst du mich halt diese Woche auch mal raus. Warte mal ganz kurz. Schon mit Paka. Paka auf dem Satz zu stehen. Das ist nicht besonders. Immer noch Gänsehaut.